Hallo, ich bin Fariba, bin elf Jahre alt und komme aus der Schweiz. Beim Kiddie-Contest singe ich Gummi von Jumi. Gummi, Gummi, Gummi hab ich im Blut. Drum hüpfe ich, weil das Gummi so tut. Denn nur ein Sessel kleben tut mir nicht gut. Nervt absolut. Im Original ist es von Jumi und heißt Gimmi. Der Song ist so beweglich und schnell. Ich finde ihn sehr gut. Er macht auch Spaß, ihn zu singen. Gummi, 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 Gummi. Die Tanten stöhnten schon im Kindergarten. Ist das niemals still und wollte auf nichts warten. Ein Flug, der kann ohne Zirkus nichts sein. Als ich erfahren habe, dass ich beim Kiddie-Contest dabei bin, war ich zuerst ganz baff und wusste gar nicht, was mit mir los ist, weil ich konnte es gar nicht glauben. Und dann war mein Herz schon ganz oben und das war eine Riesenfreude. Oh yeah, als ich dann in die Schule kam, merkte ich im Nu. Der Verein ist noch viel zu lang. Wir wollen kein Känguru. In der Dusche eigentlich bin ich zum Singen gekommen. Ich habe irgendwas gesungen, was ich selber erfunden habe oder Lieder, die ich gern gehört habe. Und da hat keiner zugehört. Also das war ganz für mich alleine. Ab und vor bin ich zwar so laut gesungen, dass meine Mutter fast einen Schreck gekriegt hat. Aber ja, jetzt bin ich beim Kiddie-Contest. Ich schätze, wenn ich beim Kiddie-Contest bin, werde ich schon aufgeregt sein. Lampen, Fieber, zittrige Hände. Aber wahrscheinlich dann, wenn ich auf der Bühne stehe, ist wieder alles weg und kann ich performen und singen. Ich habe schon öfters von einer großen Menge gesungen, aber halt noch nicht so groß und so im Fernsehen. Tu das nicht, hör ich überall, lass das sein, na toll, sag doch mal, einem Gummiball, dass er nicht hüpfen soll. Als ich das erste Mal auf der Bühne gestanden bin, hatte ich ganz, 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 ganz zittrige Hände. Und danach noch immer auf der Bühne. Und danach wusste ich gar nicht mehr, was ich machen soll. So einen richtigen Blackout. Beim Kiddie-Contest mitzumachen ist mir schon wichtig. Aber ich meine, jetzt bin ich schon so weit gekommen und wenn ich entweder, ich komme weiter oder ich bleibe. Und auch wenn ich nicht weiterkommen sollte, das war für mich eine gute Erfahrung, nach Wien zu kommen und Tonstudio und wie hier Interviews. Jetzt darf ich, 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 jetzt darf ich. Gummi, 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 gummi hab ich im Blut. So blümpfig, weil das Gummi so tut, denn nur. Am Sessel kleben tut mir nicht gut, nervt absolut. Ich bin Fariba, mein Song heißt Gummi und wenn ihr mich gut findet, dann wählt bitte mich. Mein Gummikörper, der lebt ganz gern, nur von Gummibären.